Und rückwärts rollen ist überbewertet, offenbar. Ja, oder so. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Ich habe sie nicht mit Raspidolen lassen. Sehe ich nicht. Das Spiel ist etwas genau. Ertrascht. Entschuldigung, aber irgendwie mit Sound hat das Spiel es nicht. Ich habe den schon mal eingestellt und der ist bedeutend leiser gewesen als das. Speicherst du etwa nicht? Unerhört. Freches Spiel. So. So, kein Zunfüll und gute Jahr hatten wir schon mal. Ach, das war ja hier, war das mit dem großen Kerl genau. Munitionsverschwendung. Wir haben genügend. So, diesmal töten wir den. Wie denn? Einfach draufhalten. Ne. Wir haben das letzte Mal nicht draufgehalten zu sammeln. Scheiße. Das Vieh regeneriert sich. Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht. Werde ich nicht. Willst du? Boah. Nein. Nein. Ich laufe schon. Ey. Ich habe auch nicht mehr Klick, dein Action zu fangen. Das ist nicht nett von mir. Äh, ich würde mich gerne bewegen da. Nimm weg. Ich habe keine mehr. Ach komm, dein Ernst. Ja, und jetzt ist wieder irgendwas stuck, weil du so ein Adler blickst. Ne. Wow. Das war Gorr vom Feinsten. Mhm. Hast du das gesehen? Teilweise. Okay. So, und jetzt lasse ich dich im Stich. Ich habe keine Lust wieder auf diese scheiß Leiter. Ja, dann lauf du. Scheiße. Das Vieh regeneriert sich. Wie willst du kein Unsinn? Werde ich nicht. Komm. Komm. Ach komm, okay. Halt's auf. Brauchst du nicht. Sind schon durch. Alles gut. Das ist das Unbesiegbare. Ja. Habs gemerkt. So, Tür zu. Ist zu. Gut, also spielen wir jetzt wieder anscheinend ein Teil hinterher. Das ist schön. Oh mein, hab ich vielleicht was. Gute Güte, diese Lautstärke-Probleme. Ja. Ja. Ah. 55. Was denn? Weil du mich da auch immer pausierst. Das regt auch. Tut mir leid. Hast du auch. Eine ganze Weile lang gemacht. Flach. Halt's. Gute. Anh gähn'u. Gute. 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 Schmerz. Gute. Ich glaube, ich werde mir mal so ein Telemetrie-Bolzen geben. Okay. Ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn das nicht jemand können ist, weil diese überepische Musik gelangt müssen, was sehr auf Nerven geht. Das sagst du immer, ich komme nie dazu, meine Dinger mal nach den Aufnahmen, kommst du dazu, deine Dinger anzupassen? Ja, aber da sind wir näher an der Bank. So, das ist jetzt immer so. Also, lass mich da mal eine Minute rein schauen. Wir sind noch nicht gestorben. 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 Wir haben das Spiel in der Kuss. äh ja hab ich müssen reichen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ne ne, die Bahn braucht einfach Äh... noch nicht viel Der Zug wird in Kürzeren drin Bitte haben Sie Geduld Wenn Sie sich... Ah, noch ein paar Worte Ja... Alter, wie zerlegst du den? Äh, Fachmann Ja, in den Zug Na? Ja, äh, ja Puh Äh... Mittelstation, schätze ich Ja, ist das einzigste Gott, ich hasse diese Dinge Okay Ich bin jetzt beim Zug Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation Das Shuttle ist in der Achternstation gepunkt Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm Hey, das ist interessant Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen Könnte vielleicht einen Blick wert sein Danke Wenn ich's mir ansehe, lass ich es Sie wissen Ja, ich bin nicht schon zur Mittelstation Nächster Halt Kommandoturm Ey, da ist wieder so'n Mülleimer Ja, oh Oh, da brauch ich dich zu Karten-System Achja, das... Partner Hacking Partner Hacking Boah, war das schwer So kompliziert Ja, muss ich registrieren Deswegen sind wir ruhig geworden Hm Äh, oh, Bench Superbott Oder? Ne, den hab ich Ja, den hab ich Ist immer noch da Mittelstation Ich mach mir schnell mal die Wie tut du das? Ich schau mal Ob ich hier Oh Könnten wir einen Platinen-Slot freistellen So So, ich weiß, dass das hier kein günstiger Platz war Aber das Ding bringt ja sowas mit Tut mir leid, Hacker Du hast mal hart gehört Wir haben es hier mit einer Szenario-5-Situation zu tun Szenario-5? Was zur Menge heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst Wir alle Zunächst nicht Check der Jämmerliche Wer das tut Erlädig Komm schon, Valerie Nimm das Ding runter Tut mir leid Und nun Tut mir Ach, nein Mir tut's auch leid, Commander Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen Das wird's auch ihm leid tun Konische Streuung Was? Konische Streuung Ob Und Der Kram So Wo steckst du denn schon wieder? Ich bin kurz zu Roboter auslegen Achso Achso Buch So und jetzt schaue ich mir kurz die Konische Streuung Achso Hä, was war das? Das ist quasi Shotgun Ja, aber wo gehört es dazu? Das sind Spitzen Rechts Ja, aber ich kann die nirgendwo anlegen Ähm Ah, da, hier Zum Militärling geht das glaub ich Ähm Zum Militärling geht das glaub ich Und zum Betreutenden zu müssen Steckmodul, um noch zu irgendwas anderem. Ich muss irgendwas vergessen haben. Okay. So, warum? Weil wir nicht weiterkommen. Die Tür ist verriegelt. Die andere Tür hat auch keine Karte. Habe ich schon angehört. Ah, okay, hatte doch eine Karte. Wer auch mal. Komm, weiter. Hau. Ich sehe dich. Schickte, du hast clever genug, um meine Sperre zu schaffen. Ja. Aber sofort für dich selbst auf die Schulter füllt, sollst du es zu wissen. Dass das den rechten Teil war. Dann taten wir uns einig. Wow. Die Bolzen sind geil. Jo. Die zerfetzen meistens die Kriegmaßen auf einen Schuss. Hm. Schön. Midi-Pack. Au. Und fixieren. Auf, wo du mit dem Ding hin zählst. Ha, ist echt cool. Aha. Das habe ich so vermisst. Hä. Obwohl du bei mir gerade auf den Boden trittst. Ich weiß, welche Leichen. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier ein Armee, wie das Gegenteil behauptet. Guck mal. Was ist das? Irgendwas. Ich nehme lieber sowas hier. Ah. Ne Stase-Kapsel. Ah. Cool. Davon wird sogar mein Ding beeinflusst. Oh, guck mal wie langsam das fliegt. Haha. Du läufst voll rein. Ja. Hahaha. Ja, ich geh mir mal in die Treppe. Jo. Aber das hält auch lange. Natürlich kann man es auch hier nichts aufheben. Ganz großes Kino. Ist noch eine. Vorsichtig damit. Ja, ja. Ja, ja. Ich dachte. Schmeißt mir rein die gleiche an. Nee, ich doch nicht. Warte mal, ist das C4 hier? Ja. Nee, das sähe anders aus. Warte mal. Wenn ich da jetzt draufballer. Dann ballerst du daneben. Nö, das war Absicht. Wieder aufs C4. Huch. Absicht. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zinken. Hm. Oh. Ist aber nichts viel passiert. Achtung. Kontamination registriert. Garantien. Aktiviert. Aktiviert. Boom. Ich schmelze. Ich schmelze. Ich schmelze. Okay. Ich seh mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Ah! Ah! Ich höre noch was, aber da ist ein... Unten wahrscheinlich. Ne, ich mein Gegner. Ja, unten wahrscheinlich. Ja, das machen wir. Ja! Noch mehr? Ja, noch mehr. Ja. Ja! 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 Wie steuert man das Ding? Ja! 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 so ganz viel loot ja das war es auch schon guck platz der wackel sieht nach was selbst gebastelt mit kurzstreckentransmitter aus kurzstrecke was steuergerät muss wenn sie es finden ich schieße darauf nein nein schießen da du robott wo ist es denn da was denn muss kurz nachladen ja 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 ja